Die Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos, sie bringen uns fern, wir fahren damit gern, die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren und sie brummen, keine Zeit, sie schlummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos Die kleinen Autos sind auf dem Spielplatz. Sie haben jede Menge Spaß. Oh, schau, ein gelbes Blatt fällt auf den Boden. Der Herbst ist da. Autos, wenn es Herbst ist, kann man davon ausgehen, dass es schon bald kälter wird. Wir müssen eine Garage bauen, die euch vor Wind und Regen schützt. Wie es scheint, hat nur das lila Auto verstanden, wie wichtig das ist. Seine Freunde haben beschlossen, weiterzuspielen. Die beiden wollen schaukeln. Das sind die Garagen der Helferautos. Sie werden dem kleinen Auto helfen, eine große Garage zu bauen. Wir brauchen viele Helferautos. Der Kranwagen, der Gabelstapler, der Bagger, der Zementmischer und der Kipplaster werden diese Aufgabe übernehmen. Zeig ihnen, wo sie die Garage bauen sollen. Hier. Nimm den Stock und ritze den Umriss der Garage in den Boden. Das Fundament bekommt die Form eines Rechtecks. Der Bagger macht sich an die Arbeit. Der Kipplaster entlädt die Bausteine. Der Kranwagen setzt die Bausteine in die Furche. So entsteht eine Wand. Die anderen Autos helfen leider nicht mit. Die Bauarbeiten gehen ohne sie weiter. Oh, der Kranwagen hat keine Bausteine mehr. Da kommt der Zementmischer. Aus seiner Mischtrommel schüttet er die Zementmischung in die Formen. Es gibt verschiedenfarbige Formen, um verschiedenförmige Bausteine zu machen. Wir schütten die Zementmischung rein und verschließen die Formen. Schaukeln die beiden faulen Autos etwa immer noch? Oh, es fängt an zu regnen. Ihr werdet ja nass. Sucht euch einen trockenen Unterschlupf. Dem roten Auto ist das egal. Es schaukelt einfach weiter. Das blaue Auto will sich aus den Bausteinen, die es gefunden hat, eine Garage bauen. Sieht nicht sehr stabil aus. Die Garage des cleveren, lilafarbenen Autos ist so gut wie fertig. Bagger, hast du jetzt Zeit? Kannst du bitte für das blaue Auto eine Grube ausheben? Der Bagger macht sich an die Arbeit. Der Kranwagen bringt noch einen Block für die kleine Garage. Oh, dem roten Auto ist kalt und es hört nicht auf zu regnen. Wo könntest du dich unterstellen? Wie wäre es mit der Rutsche? Nein, das kleine Auto passt nicht ganz drunter. Schau mal, Holzbretter. Vielleicht könntest du ja damit eine Garage bauen. Na also, ein provisorischer Unterschlupf. Autos, fahrt in eure Garagen. Die Holzbretter sind in sich zusammengefallen. Die Bauklötze sind auch eingestürzt. Das blaue Auto ist unter den Bauklötzen eingeklemmt. Schnell, wir müssen ihm helfen. Wir müssen die Bauklötze hochheben und wegräumen. Prima! Bringt euch schnell vor dem Regen in Sicherheit. Zum Glück haben die Helferautos und das kleine lila Auto eine stabile Garage gebaut. Ich bin ein Büro. hoch fahrt in Hamburg. Ich bin ein Büro dabei. Im Feuer välkommen, trank in Hamburg. Besonders heißt sie nicht. Offenひゃletze vor dem Regenbruck. . Vielen Dank.